Achso! Wo warst du denn schon mal? Bei den Stegen. Ahja. Gut, dann werde ich mal nach Hause gehen. Und auf dich warten, ne? Ja. Kannst du mal eine Forge bauen? Passt was zu tun. Wenn du mir Leder da gelassen hast, kann ich das gerne machen. Ja, ist alles oben in der Kiste. Hätte jetzt wieder alles für zwei Forges. Außer Leder nicht. Ähm, 24 Leder hatten wir. Aber fehlt noch nicht. Für eine zweite. Ahja. Ein bisschen Leder habe ich da jetzt auch bei. Jetzt wird mir kalt. Du weißt auch nicht, was du willst. Ne, ich weiß es auch nicht. Hier sind jetzt lauter kaputte Häuser irgendwie. Hm. Ja, das ist ja das, was ich meine. Da sind lieber alle noch Häuser dran. Ja, aber so extrem kam mir das jetzt gar nicht vor. So, auf jeden Fall bräuchte ich dann Wasser. Ja, ist auch in der Küste. Nagel, super. Habe ich mir schon immer gewünscht. Was denn? Nagel. Na denn? Hat das ja schon mal geklappt, oder? Hat's geklappt, ja. Oh, ich hab's da da im Hohstuhl. Oh, ich hab's da da im Hohstuhl. Ach, ich treffe so viel wieder nicht. So. Wo ist denn unser Rucksack? Irgendwie verliere ich immer wieder die Rucksäcke. Hm. Ja, und du wirst immer ruhig. Ich weiß nicht, nach deinem zweiten Tod bist du so richtig ruhig geworden jetzt. Da ist er. Oh, ich bleib stehen, ey. Warum? Na, weil ich's treffen möchte. Achso. Sollen wir doch nicht wegrennen? Was? Oh, noch hinterm Berg. Wollt auch irgendwann mal nach Hause gehen. Du rennst in die ganz verkehrte Richtung. Schön, wie sich die Viecher immer am Baum und so festbangen. So, jetzt mussten wir auf jeden Fall genug Leder haben für zwei Fortschüsse. Für was? Für zwei Fortschüsse mussten wir jetzt genug Leder haben. Na, in der Kiste sind 24. Ich hab 26 bei. Na ja, dann haben wir genug. Wo stehst du hin, oben? Ja. Bist du hier in der Nähe? Ja. Gut. Schmelzt du dann gleich Eisen ein? Ja. In die Tür bist du ja reingekommen, ne? Ja. Deine Tonne ist jetzt aber sehr hell, wa? Ja. Kann ich ja mal ein paar Fackeln abhängen. Na ja, im Grunde weiß ich nicht. Ach. Ja, also Jahren braucht man die nächste Zeit nicht. Ne, wa? Super fertig. Haben wir geschafft. Wir sind fertig. Na ja. Ähm, ich brauch Steine, wa? Für eine Fortsch? Bitte? Ich brauch Steine für eine Fortsch, ne? Ja. Hast du keine, oder was? Nö. Drei Stück hab ich. Du brauchst auch einen Bellow. Ja, den mach ich doch aus dem Leder, wa? Naja, den kannst du ja schon mal bauen. Da hab ich schon zwei Leder. Gut. Haben wir noch Ressourcensteinen hier in der Nähe? Ja, hier an der Seite. Achso, er hätte jetzt auch Lehm in der Tasche gebraucht, klar, um den zu bauen. Und für den Bellow? Nee. Nee, für den Bellow. Nee, für den Bellow. Für den Bellow. Hier. Für die schon. Die Ölfässer sind die nicht ein bisschen wärmer als so ne Fackel? Frage ich jetzt mal so. So, für die Heatmap, hab ich gesehen. Weiß ich nicht. Achso. Hm. Hm. Dann stell mal gleich noch drei, vier hin. Hat das Junge nicht gesagt gehabt, dass alle Tutos mit der Kreischer-Zombies? Hab ich ja. Ja. Okay. Und ich hab ja Ahnung, wa? Weil? Hm. 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 Man könnte auch sagen, dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja, ich sortier hier gerade wieder alles. Du ist sehr gut, dass du das so tust. Leben hab ich echt nicht bei so einem Schwachsinn. Leben hast du nicht bei? Nee. Boah, ich seh gar nichts mehr. Ja, wir müssten vielleicht draußen auch mal ein paar frücken oder sowas. Ja, vielleicht eine Tonne. Ja. Mal gleich ein paar mehr Tonnen. Ja. Die hast du ja eigentlich angezündet. Ja. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Nee. Sind sie schon an, ja? Ja. Okay. Nimm dir einfach die Tonne mit. Nee, bräuchte ich noch nicht, oder? Ach so. Du kommst auch hoch. Warum? Ja, um die Forge zu bauen. Ist sie noch nicht gebaut? Ach, komm doch mal raus, ich brauch den Leben. Jetzt hast du ihn rausgenommen, oder wie? Nee. Ach, da war er. Gut, dann baue ich zwei Stück davon, ja? Mhm. Wollen wir unten erstmal mit Eisen aufwerten unser Haus, oder wollen wir das erstmal einschmelzen? Einschmelzen. Ist erstmal besser. Okkili-dokkili. Und wo ist jetzt unsere Mine? Da wo du sie gegründest. So, was haben wir also noch nicht, ja? Willst du sagen? Haben wir noch nicht. Mann, wir wollen ein fertiges Haus versprochen, ja? Und mir wurde Wasser versprochen. Ach, du bist in der Kiste drinnen. Mir wurde echt Wasser versprochen, aber hier gibt's kein Wasser. Naja, es gibt ja auch kein Campfeier. Und warum gibt's sowas noch nicht? Weiß ich nicht. Könntest du vielleicht mal eins anlegen? Ich hab nämlich keine Steine mehr. Ja, ich hab auch keine Steine. Super. Läuft gut. Läuft gut. Hast du noch Eisen irgendwo? Ja. Entschmeiß rein in die Fahrt. Wo willst du das Campfeier haben? Da wo du's hinstellst. Ich hol' uns noch ein bisschen Stein. Ach, das regnet auch. Deswegen ist das so duster wahrscheinlich, ne? Und das? Das ist gut, dann ist es. Ja. Jetzt typ. Wenn du's hinstellst. Wenn du jetzt nachfisen, hörst. Das ist ja nicht. Tja. Was hat jemand, der jetzt? Was ich nicht? eine stone x kann ich bauen super oben liegen welche wenn die noch nicht despawned sind und mit der nacht steine klopfen war aber wenigstens fackern ich kann mir licht machen und wir brauchen ja auch außerdem regnet es erstmal kühler weißt du da überhitzt man nicht gleich aber ich habe auch schon welche gehört solange die da irgendwo bei hier hinten rumrennen ist mal alles gut jetzt schneit es jetzt wird es hell was dein computer so alles berechnet toll friere ich auch gleich jetzt muss ich reingehen sonst kriegen schuppen willst du im haus vielleicht den tunnel bauen also hier höhle ja zombies du bist raus ja ja ist alle da das ist gut ich glaube die treffen bei dir auch an ja kannst du ihn mal abschießen ich soll dir wieder den arsch retten wir machen meine schöne tür kaputt das ist nur einer ne das war ganz in Ordnung und ein paar mehr